Hallo, wir sind R.T. Akron. Eigentlich sind wir natürlich Frank-Maria Reifenberg und Christian Thielmann. Und wir haben zusammen ein neues Buch geschrieben, Ocean City, jede Sekunde zählt. Das ist ein Buch, in dem es um eine mega große City auf dem Meer geht. Die schwimmt da einfach so rum und in der City lebt unsere Hauptfigur, nämlich Jackson. Jackson hat zwei Freunde, Krooky und Hank. Und zusammen basteln sie ein Gerät, mit dem sie reich werden können. Ja, aber sie können reich werden. Sie können super reich werden. Aber das ist echt dämlich. Weil sie organisieren sich mit diesem Gerät große Summen der wichtigsten und neuen Währung, die in Ocean City benutzt wird, nämlich Zeit. 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 Sekunden, Minuten, Tage. Darin werden die Leute bezahlt in der Stadt. Und die packen sich einfach, also einer von denen, nämlich Krooky, packt sich das Konto rappelvoll. Das heißt, er hat eigentlich bis zu seinem Lebensende plötzlich Urlaub. Und das ist ein ziemlich dummer Fehler, weil man darf fast alles auf Ocean City machen, nur nicht Zeit klauen. Das ist wirklich dämlich. Wer das macht, dem kann es so gehen wie Krooky im ersten Kapitel. Aber wir wollen ja nicht verraten, oder? Verraten wir jetzt, dass der... Nein, verraten wir nicht. Nein, wir verraten auf keinen Fall. Nein, niemals. Vielen Spaß beim Lesen.